Musik Die großen Kerle über die Welt tun gar nicht weh. Merci den Leuten, das ist das Problem. Ich will nur vom Blanc kurz sehen, okay. Das heißt, wenn ich ihn hier zur drübe locken. Haben die jemanden? Kann ich ihn anlocken, wie der ist jetzt ausgemacht? Leider nein. Wie weit gibt die Reichweite von Ektos? Habt ihr so ne Idee? Neuer Haus wird fertig. Äh... Äh... Die checken die Büsche, die Säcke. Gut zu wissen. Echt gut zu wissen. Und den hier unten wie anfangs echt los sehen. Er ist einkusssüchtig. Ja, genau. Ist das... Das Licht ist aufgedankt? Ich bleib hier. Ich bleib hier. Vielen Dank. Sehr lohnt sich. Einfach zu sehen. Ich bleib schön hier. Komm, dreh die weg. Ja, danke. Du hast noch eine Spritze. Zwei erledigt. Schaffen wir dich aus dem Weg. So. Dann fangen wir das hier ab. Einer nach dem anderen. Keine Ahnung. So. Jetzt gehen wir mal mit meiner Idee mit dem, was ich vorher hatte. Jetzt habe ich jetzt alles soweit vorbereitet. Was denn? War das der Weg? Ah, ich hab dich. Verstanden. So. Sorry, dass ich jetzt etwas reagiert habe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert auf das Bier. So, meine Idee ist mich... Einmal kurz mal hier die Schottkampasse. Kein Problem. Schöne... ...Halte! Äh... Ist das eine Gottverdammte abgesägte? Wunderschön, nicht wahr? Gut, das funktioniert schonmal nicht. Das hat schonmal nicht funktioniert. Wie geht das jetzt an? Also den Longcoat, den warte ich mir kurz noch ab. Ich glaube, das ist so eine... Ist das dann... Äh... Seltsam. Auf dem Whisky steht mein Name. Hm. Mal gut. Ich glaube, I lost den ersten Mal. Schauen wir das später dann an. Weil die schlagen sofort Alarm. Wenn ihr mit der Apfelseckten verschießt. Verschießt. Die ist zu laut. Äh... Bei wie viel waren wir? Niemand legt sich mit meinen Freunden. Oh... Oh... Das ist plötzlich mein Glock hier. Was soll ich mal hier weitergehen? Ähm... N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n... Also hack da dann bestimmt raus. Ähm... 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 Die sind so brillig wie in Lobspinster. Das ist so Wahnsinn. Machen wir es. Okay, jetzt Bianca hier, denke ich. Wenn ich es will. So... So... Ablegen. Dann... Laufst du jetzt, wenn ich jetzt mit Bianca rein? Tu mir bitte den... Tu mir bitte den Gefallen, hm? Oh, Freund. Tu mir bitte den Gefallen. Na, also... Bianca, komm. Suchendor. Ah... Könnte ich den ganzen Tag mal. Sehr schön. Sehr schön. Hallo, Samy. Ist das? Das wird ein Longhaut. Das ist ein Lacher. Oh, da ist wieder ein... ...dangkopper. Eine Pfütze... Da ist ein Schraubschütze. Den sollte ich fast... ... den... ... den ganz... ... Doc McCoy erledigen. Der ist ein... ich bin nicht so gesehen, von niemandem. Ich glaube, ich bin nicht zu laut. Kurz zwischenspeichert das Sicherheit. Ja. Und jetzt 4. Ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ah, hier habe ich gegen Räuber gezeugt. Da brauche ich wieder ins Dix-Roll-Punking kommen. Ähm. Das ist gar nicht zufrieden. Das soll wohl ein Scherz sein. Äh. So. So. Ja, wenn ich die hier jetzt alle erledige, dann sollte eigentlich... ...unten keiner das sehen soweit. Ähm. Irgendwann... Da hätte jetzt nix zu Feuer. Hm, aber... ...hier... ...einen Taunchau... ...einen Schützen. Oh, nur der Kleiner ist aus dem Haus! Äh, die... ...kontrollen jetzt hier... ...ähm... ...die wir aber dort zwar mal runtergehen und mal eine neue Packel holen. ...sieh. Hm. Hm. Verstanden. Hm. Es brennt wirklich gut. So dann mal das Mikrofitte. Das müsste eigentlich nur eine Timing-Sache sein, oder? Oder ist es eher... Das ist jetzt ne gute Frage. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ah, ja. Jetzt sind es 13. Der zweite Longcote gehört mir. So gibt es jetzt 13? Ähm... Wir machen Martin hin. Showdown-Move? Jetzt kommt die Erfellbeer. Jetzt kommt die Erfellbeer. Nummer 5? Aus! Verdammt. Ich glaube, ich habe genug gehört. Vielen Dank. So. Jetzt sind es 13. Der zweite Longcote gehört mir. So, so, so. Jetzt wird's heiß. Neuer Haarschnitt gefällig. Zack. Das können wir mal vorbereiten. Ich glaube, wir müssen die hier ausschalten. Weiß nicht, sie kommen die uns hier zu nahe. Freunde, ihr? Nummer 5? Ja. Kein Problem. Ich bin am Zug. Ich habe Lust auf die Haarsch. Ja. Ja. Verrühren? Kein Problem. Oh, jetzt noch ein Longcote. Patrouillieren hier, okay. Okay. Kein Problem. Jetzt machen wir mal Lärm. Da reicht der. Noch. Was muss sich stehen? Nein. Alles klar. Okay, er kommt. Oh nein, es kommen zwei. Fuck, es kommen zwei. Es kamen zwei. Natürlich. Dann holen wir das wieder. Geht klar. Reicht der. Noch. Ein bisschen. Na also. Holen wir uns ein. Er ist da. Mal schauen, ob's so reicht. Der Fels. Wir sind da. Nein, den nur lehren. Du bist egal. Nein, was ist das? Ich lebe. Nein, das ist alles. Das ist einfach. Jetzt kommt die Janka. Das ist ein. Ja, das ist ein sehr. Das ist alles. Ich bin in dem. Guck mal. Ja, feld mich, hombre Wir sind hier in den Feldern Und hier, die sind dann kurz Hier, ein großer Wrench Wir haben immer noch 17 Oh, das ist kein Vorbild Für den Kontakt So Los geht Schauen wir mal, ob man hier noch mal reinhauen kann. Jetzt machen wir mal Lärm. Ist das so gut? So. Er hat von 15 auf 18 zählt. Er bescheißt doch. So, und jetzt speichern wir anstatt... So, und jetzt könnten wir eigentlich unten den einen töten? Ach, ich könnte auf den Regen verzichten. Kommen Sie doch. Jetzt sagen Sie bloß, dass Sie keinen Spaß daran haben. Das habe ich nicht gesagt. Schon unterwegs. Was müssten wir denn eigentlich unten töten können? Ohne gesehen zu werden, oder? Ohne Alarm zu schlagen. Also mit der Doppelseite. Mit der Schrot. Da reicht doch jetzt gerade. Gerade ums Müll reicht wieder die Reichweite nicht. Wir warten, bis die Poncho-Dame wieder zurückkommt. Und dann werden wir die drei wegballern. Machen wir so. Schöne Knarre. Scheiße. 20. Ist das eine Schottverdammte Abgesäge? Wunderschön, nicht wahr? Hab sie in der Hütte gefunden? Wie wird das mit dem Leise sein? Mach doch nichts, wenn keiner mehr übrig ist. 21. Das ist ein Blackjack. Das war der dritte Landpunkt, oder? Er fällt mir. Das soll wollen wir uns ernst sein. Machen wir klein. Nächstes Wald. Gib mal her. So. Wir brauchen wieder eine neue Bracke. Jetzt sind sie zu viel. Sie sind mit dem Dorf. Ich bin ganz gut. Mann, das ist... Ja. Sechs. Das ist noch einer. Ich muss mich um die Scharfschützen kümmern. Ich schieß nicht. Fuuuuuuuck! Fuuuck! So. Auf jeden Fall umziehen, den muss ich mich kümmern. Das ist wirklich ohne Probleme laufen. Ähm, wie ist denn er als gefallen? Ach so, er stürzt immer! Okay. Herr stürzt die ganze Zeit. Das sollte als Fackel reichen. Auf dem Whiskystück mein Name. Gut. Einer nach dem anderen. So, jetzt kommt bald wieder so eine Timing-Geschichte. Jetzt kommt bald echt so eine blöde Timing-Geschichte. Ja. Verstanden. Lass geht's. Ich habe den Sieben. Der ist da oben. Dann wären es vier, dann kommt's. So. Ja. Ich habe ihn gesehen, okay. Ich habe ihn gesehen. Deswegen. Ihr seht ihr euch kitzelt. Wie kann das sein? Nee, er wird... Doch, 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 doch. Wot? Der ist tot. Scheiße. Wir sind die Haube. Ey, wie hat der da jetzt hochgeschaut? Ah, Mann. Wir haben da wieder hochgeschaut. Wären es vier, dann kommt's. Zum Folgen ist das mit passen. Nee, stehen bleiben. Nein, das ist... Nein, das ist... Was mach ich denn jetzt? Sie ist einfach falsch! Warum geht der aber auch mal hoch? Warum geht der aber auch mal hoch? Jetzt geht's auch mal hoch? Kann man rein? Nein, das ist eigentlich falsch. Hä? Jetzt geht's auch mal nicht mehr? What? What? Das riecht nach Erdogan. Auf dem Buskip stimmt's. Das ist so wirklich random, wenn man sich gemacht, dass der einfach mal hochgeht und dann wieder nicht. Hm. Das kostet noch. Mann, das ist echt rutschig da. Das ist echt komisch. Und hoch. Und hoch. Aus dem Boden. Aus dem Boden. Aus dem Zitten. Denken wir mit der Fassbüroren. Da bin wir mit dem Tag hier oben. Ehm. Wie kriegen wir jemanden hier hin? Wie kriegen wir hier hin? Wie kriegen wir hier hin? Wie kriegen wir hier hin? Das sind nur drei. Ich bin nicht so aus. Die wahl. Die wahl. Die wahl. Die wahl. Bahl. Das soll wohl Scherz sein. Press Start. Bis zum nächsten Mal.